hallo freunde und willkommen zu einer weiteren runde battlefield 1 ich spiele hier wieder mit der m1907 sweeper vollautomatik sanitäter klasse richtig geile waffe gemalt aus dem weg alter las mich raus hier kriegstreiben hier wo seid ihr meine freunde alles ist zerstört der feind hat zuerst zugeschlagen alles klar ich laufe mal hier lang hier lang alles total demoliert hier da ist noch einer den hol ich so mit dem bayonett hier was was war das jetzt für ein scheiss mann habt ihr den scheiß gesehen meine fresse hat er gelagte nicht zu kotzen den hole ich mit dem messer freunde den hole mit dem messer da stirbt fach okay das war scheiße da waren zwei daher dann habe ich gar nicht sehen egal da hat sich gerecht halt er hat seinen freund gerecht sagen wir es mal so aber ich weiß dass du da oben irgendwo war es mein freund wo war der nah da hinten ist das oh shit kommen das kampf gebe ich zurück alles klar sorry alle drei von mir da was man die daher lagerfeuer oder was hallo geht raus ihr schweine und stirbt stirbt wie männer wie viel musch ist hier was schau da den bitch an alter es so ein verdammter camper im gebüsch im eckstädter komm verpiss dich alter keine hause alter hinterhältige ratte du man man erwischt erwischt mein freund erwischt hast nicht gut gezielt ich laufe mal da einfach weiter da muss man wirklich aufpassen bei dem spiel okay da geht es nicht dadurch aber das haus rein messer shit man jetzt war ich so blöd ich bin in den scheiß genau reingelaufen freunde ich habe den miss gesehen aber wieso ich habe den typen dort zwei dreimal gemässerte anstatt dass er ihm richtig abmux mit dem messer sticht er ihm so da putz putz rein was soll ich jetzt noch mal muss er den richtig killen mit messer die zwei freunde hole jetzt jawohl beide geholt da ist noch einer fachmann wieso sind immer bei mir drei leute an einem flecke verdammt noch mal aber egal die zwei habe ich geholt zwei habe ich geholt die leute von mir ich weiss nicht der holt sie alle weg man das ist einer von mir ich gehe mal dadurch außenrum da vorne ist einer okay der geht da rüber dann gehe ich da und schneide ihm den weg ab okay da sind zwei bayonet 3 erwische ich den was was willst du mich verarschen wie mich das spiel verarschen habt ihr den scheiß gesehen oder ich laufe da mit dem bayonet auf den einen zuvor mal stirb ich das ist doch ein witz oder das ist doch ein witz stirb alter stirb zeig dich da oben ist noch einer da ist schon einer mann hey zeig dich mal ich habe dich erwischt mein freund ich habe dich erwischt ist da oben noch einer am fenster oder was nein aber den einen habe ich erwischt ich habe ihm in die füße geschossen schau dir den kriecher ran hier stirbt man einer hinter mir oder ja ah man hey komm schon hey komm schon verarsch mich nicht verarsch mich hier nicht es ist so unglücklich gelaufen paar mal echt so richtig pech für mich das mit dem bayonet und messer ein paar mal her und das weiß ich was schießt mich dort hier stirb alter stirb doch gib einfach auf lass es geschehen lass es vorbei sein erwischt erwischt war kommt habt ihr das jetzt gesehen hätte ich genau vor mir gespawnte während ich auf den anderen noch geschossen habe ist so billig also das darf beim spiel nicht passieren so was sie das muss doch der computer wissen dass du einer steht dass da nicht gespawnt werden darf der handgranate scheiße da scheiner hat er brennt warte ich erlöse dich ja ich erlöse dich mein freund erlöse noch einer fack gehen wir aus dem weg bitte ich sehe nix ok ich gehe von der anderen seite die erwarten mich da und das war fick dich doch leck mich doch du warst ach shit war neues ok wir haben verloren leider gottes ja schlecht habe ich nicht gespielt es geht ich danke euch fürs zusehen freunde man sieht sich ein anderes mal auf 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 Vielen Dank.